Herzlich willkommen zu einer weiteren Einheit in der Wirtschaftsmathematik. Dieses Mal mit einer Aufgabe oder einem Set an Aufgaben zu dem Thema Matrizen. Schauen wir uns hierzu mal die Aufgabenstellung an. Wir haben ganz einfach nur, berechnen Sie die Determinante der folgenden Matrizen. Dann haben wir diese drei Matrizen gegeben. Ich habe jetzt in jeder dieser drei Matrizen extra auch so ein Parameter A drin stehen, um zu zeigen, dass man das Ganze berechnen kann, unabhängig davon, ob man da jetzt Zahlen, Buchstaben oder andere Ausdrücke stehen hat. Mit dem als Kommentar vorweg, gehen wir mal direkt auf die erste Aufgabe ein. Das ist in A relativ einfach eine 2x2-Matrix. Bei 2x2-Matrizen kann man sich ganz einfach die Formel merken, dass man das nimmt, was oben links steht. mit dem, was unten rechts steht, mal nehmen. Und davon ziehe ich ab, das, was oben rechts steht, mal das, was unten links steht. Und genau das habe ich hier gemacht. A mal 2 minus 3 mal 3a. Ich gebe das hier oder, wenn ich es jetzt noch zusammenfasse, minus 7a. Ja, und das war es auch schon zu dieser Aufgabe. Das heißt also, 2x2-Matrizen, da kann ich sehr einfach eine Determinante von berechnen. Bei größeren versuche ich immer, das Ganze wieder auf eine 2x2-Matrix zurückzusetzen, beziehungsweise so umzuformen, dass am Ende 2x2-Matrizen da sind, dass ich dieses einmal so über Kreuz minus so über Kreuz tatsächlich durchführen kann. Das können wir uns auch direkt schon bei Aufgabe B anschauen. Hier haben wir jetzt eine 3x3-Matrix. Und immer wenn ich eine Matrix habe, die wie gesagt nicht 2x2 ist, dann versuche ich diese so umzuformen, dass ich sie zu 2x2-Matrizen bekomme. Und das mache ich nach so einem, sagen wir mal, 3-Schritt-Schema. Zunächst wähle ich mir eine Zeile oder Spalte in dieser Matrix aus, die möglichst viele Nullen enthält. Hier nehme ich jetzt mal beispielhaft die erste Spalte. Dann schreibe ich mir die Zahlen dieser Spalte alle der Reihe nach hin. Sprich die 1 hier, die 1 hier, die 0 hier. Das sind diese 3 Einträge. Jetzt brauche ich für alle 3 noch ein Vorzeichen. Und das bekomme ich dadurch, dass ich oben links anfange, mit einem Plus gedacht. Und dann gehe ich immer abwechselnd. Plus, Minus, Plus. Plus, Minus, Plus. Wenn ich jetzt zu der 3 hier unten möchte, wäre das Plus, Minus, Plus, Minus. Ich möchte jetzt aber nur die 1, die 1 und die 0 haben. Hier bin ich bei Plus, darum Plus 1. Hier bin ich bei Minus, darum Minus 1. Hier bin ich bei Plus 0, darum Plus 0 hier. Das waren schon die ersten zwei Schritte. Jetzt muss ich nur für jeden dieser Ausdrücke noch mal so eine gekürzte Matrix bestimmen. Oder die Determinante von so einer gekürzten Matrix. Dafür streiche ich, wenn ich jetzt hier bei dieser 1 bin, die entsprechende Zeile und Spalte. Das heißt, hier streiche ich diese Zeile und diese Spalte. Das heißt, nur der Teil hier unten bleibt übrig. Das ist das A, 2, 3, 1. Das war der Teil hier unten. Bei der Minus 1, oder bei der 1, also dem hier, streiche ich die erste Spalte und die zweite Zeile. Bleiben also nur noch die 0, 3, 3, 1 übrig. 0, 3, 3, 1. Bei der 0 bin ich in der ersten Spalte, dritten Zeile. Streiche ich also diese beiden. Bleibt noch hier oben der Teil übrig, also hier diese 0, 3, A, 2. Wenn ich das jetzt ausrechnen möchte, sehe ich, warum es sinnvoll ist, eine Zeile oder Spalte mit möglichst vielen Nullen zu wählen. Hier habe ich nämlich 0 mal. Das heißt, egal was hier als Ergebnis rauskommt, egal wie groß diese Determinante sein kann, das fällt weg. Weil ich es ja mit 0 multipliziere. Das heißt, ich muss mir nur noch diese zwei Sachen hier vorne betrachten. Und hierbei habe ich jetzt wieder 2, Kreuz 2, Matrizen. Da kann ich die Formel von eben verwenden. Also das hier mal das hier, minus das mal das. Genauso hier. Das mal das, minus das mal das. Wenn ich das mache, kriege ich hier diese Zwischenergebnisse. Immer diese Zahlen davor noch mit übernehmen. Dann habe ich hier A mal 1, minus 2 mal 3. Hier habe ich minus 1, 0 mal 1, minus 3 mal 3. Das fällt wie gesagt weg. Und jetzt muss ich die Sachen einfach nur noch auflösen, zusammenfassen. Dann komme ich mit dem Zwischenschritt auf A plus 3. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Determinante von dieser 3, Kreuz 3-Matrix dadurch berechnet, dass ich es auf 2, Kreuz 2 zurückgeführt habe, möglichst arbeitssparend und dann einfach ausgerechnet zusammengefasst. Nach der Standardformel für 2, Kreuz 2-Matrizen. Genau das Gleiche machen wir jetzt auch in der C. Hier haben wir jetzt sogar eine 4, Kreuz 4-Matrix. Aber wir gehen ähnlich vor wie vorher auch. Wir wählen eine Zeile oder Spalte mit möglichst vielen Nullen. Dann könnte ich entweder hier, wie ich sehe, diese wählen. Das heißt, die dritte Spalte oder hier unten die vierte Zeile. Hier habe ich jetzt, wenn ich die dritte Spalte wähle, wieder 0, 0, dann die 2, dann eine 0. Ich spaß mir jetzt mal, diese ganzen Nullen nochmal aufzuschreiben. Dementsprechend brauche ich nur die 2. Und das Vorzeichen für die 2 bekomme ich als Plus, Minus, Plus, Minus, Plus. Also Plus 2 mal. Und ich streiche die dritte Spalte und die dritte Zeile. Bleiben also der Teil hier oben, diese hier, der Teil hier, die 0 und die 0, 1 hier übrig. Dann bin ich von der 4, Kreuz 4 auf eine 3, Kreuz 3-Matrix gekommen. Jetzt heißt, ich muss dieses Vorgehen nochmal anwenden. Dann schaue ich hier hin, dann sehe ich das einfachste jetzt, wäre die dritte Zeile, weil ich hier zwei Nullen wieder habe. Wenn ich das dementsprechend dann ausrechne, habe ich einmal die 2, die ich übernehme, dann diese 1. Jetzt habe ich für die 1 aber das folgende Vorzeichen. Plus, Minus, Plus, Minus. Das heißt, für das Ganze kommt Minus. Und ich streiche dritte Zeile, zweite Spalte, bleibt also übrig 1, A, A, 3. Genau das, was ich dann hier habe. Und dann habe ich wieder eine 2, Kreuz 2-Matrix. Davon kann ich die Determinante berechnen, indem ich mache 1 mal 3 minus A mal A. Das sieht dann aus wie hier, 1 mal 3 minus A mal A. Und dann muss ich nur noch die Klammer auflösen. Kommen dann letzten Endes, also hier in dem Ergebnis, auf 2A², weil Minus und Minus sich aufhebt, Minus 6. Ja, und das wäre es dann auch schon, sowohl zu dem Teil mit der Determinanten als auch zu dieser ganzen Aufgabe. Ich hoffe, es hat Ihnen soweit gefallen und sage dementsprechend auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Dann kann ich soweit nochmal.